Aleph Alpha und Mistral AI, KI-Finanzierungsrunde in Europa. Bosch und Lidl investieren mit in der zweiten Finanzierungsrunde das Start-up Aleph Alpha, SAP, bereits beteiligt und Risikokapitalgeber Innovation Park Artificial Intelligence IP AI, stellen Geld zur Verfügung. Aleph Alpha arbeitet an Sprachmodellen mit generativer KI, das mit wenigen Stichworten Inhalte erstellen kann. Spezialisiert hat sich das Start-up auf Programme, die spezialisiert sind in der Verwaltung und Industrie. Das Rückgrat des Sprachmodell Luminis bildet das Bürgerinformationssystem Lumi der Stadt Heidelberg. Mistral AI befasst sich mit Open-Source-Technologie für generative KI-Tools und Chatbot-Entwicklung. Anfang 2024 will das Unternehmen seine Produkte der Öffentlichkeit zugänglich machen. Gründer sind Führungskräfte von Google, SteepMind und Neta, Muttergesellschaft von Facebook und Instagram. Grafik vom Handelsblatt am 14. Dezember 2023.